Moin zusammen! Die WWDC 2024 ist vorbei und es wurden einige interessante Funktionen vorgestellt. Die meisten Funktionen werden im Herbst mit iOS 18 kommen, manche werden aber auch erst später kommen. Angefangen hat es mit Craig Frederiki, welcher aus einem Flugzeug gesprungen ist. Das war wirklich eine gute Einleitung. Richtig angefangen hatte die WWDC dann mit Apple TV Plus und der Ankündigung einiger neuer Apple Originals. Weiter ging es mit Vision OS. Es gibt bereits über 2000 Apps speziell für die Vision Pro und über 1,5 Millionen Apps, welche mit der Vision Pro kompatibel sind, aber nicht speziell für sie entwickelt worden sind. Share Play, welches dafür bekannt ist, dass man gemeinsam Videos anschauen kann und gleichzeitig einen FaceTime-Anruf hat, gibt es jetzt auch für die Fotos-App auf der Vision Pro. Das virtuelle Mac-Display wird im Laufe des Jahres so angepasst, dass es ein ultrabreit Monitor sein kann, man also mehrere Apps nebeneinander in voller Größe anzeigen lassen kann. Normale Fotos können durch eine Erkennung der Augen in räumliche Fotos umgewandelt werden. Wie gut das dann aussieht, wird sich zeigen. Ab dem 28. Juni ist die Vision Pro in China, Japan und Singapur verfügbar und in Australien, Kanada, Frankreich, Deutschland und Großbritannien vorbestellbar. In iOS kann man die Apps nun frei bewegen und sie mit einer Farbe einfärben. Das Kontrollzentrum ist deutlich runder geworden und bietet mehr Funktionen, welche noch wachsen werden, da jede App nun eigene Funktionen in das Kontrollzentrum bringen kann. Man kann jede App sperren, sodass man FaceID braucht, um sie zu öffnen. In Nachrichten kann man nun mit jedem Emoji auf eine Nachricht reagieren und nicht nur mit diesen hier. Außerdem kann man einstellen, dass eine Nachricht erst später gesendet wird und man kann Teile des Textes unterstreichen, durchstreichen, fett oder kursiv machen. Außerdem kann man auch Nachrichten und SMS über Satellit verschicken, genauso wie es bisher beim Notruf-SOS ist, ab dem iPhone 14. In der Fotos-App kann man nun Screenshots ausblenden und es gibt eine neue Ansicht, in der die Fotos nach Ereignissen, Menschen, Reisen und mehr sortiert sind. So wie man seit iOS 17 die Kontaktkarten austauschen kann, kann man sich nun auch Geld senden. Aber wann und wie das in Deutschland kommt, werden wir sehen. Wenn Siri dich fragt, ob du beispielsweise einen Anruf annehmen willst, musst du ihr nicht mehr antworten, sondern kannst, wenn du AirPods in deinen Ohren hast, auch einfach nicken oder mit dem Kopf schütteln. Voice Isolation ist eine Art Geräuschunterdrückung für deine Stimme, sodass dein Gesprächspartner die Wind- und Hintergrundgeräusche nicht mitbekommt. Die Home-App bietet jetzt unter anderem Unterstützung für Saugroboter und einen Gästezugang. Als nächstes ging es um WatchOS. Es gibt neu die Vital-App, wo all deine Gesundheits- und Schlafdaten zusammengefasst werden. Auch Zusammenhänge der verschiedenen Informationen werden erfasst und an den Nutzer weitergegeben. Für diesen Stapel von Widgets gibt es jetzt zusätzlich noch ein Widget fürs Übersetzen, eins, welches den Regenniederschlag anzeigt. Außerdem gibt es jetzt auch Live-Aktivitäten, die wir schon vom iPhone kennen. Außerdem gibt es ein verbessertes Foto-Ziffernblatt und die Apple Watch kann selber Fotos auswählen, welche für so ein Ziffernblatt besonders gut geeignet sind. Ciao, ciao! Und wenn du Teil 2 nicht verpassen willst, dann abonniere doch am besten diesen Kanal. Bye! Musik